Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin heute Mafia 15. Du hast ernsthaft das Old Shepard? Geh weg. Geh weg mit meinem Korb. Nein, nein. Ich habe mir selber keine Zeit. Die Abwände im Spiel ist so schlimm. Geh weg mit meinem Korb. Geh weg. Geh weg mit meinem Korb. Nein! Sammar, kann man nicht mal Ru-Fieber spielen? Nein! Ah, ich kotze! Ich kotze! Das ist mal lustig, man. Nein! Nein! Ich kann jetzt auf. Ja! Sammar! Ja! So sieht das der Trainer gern. Ey, was? Chat für 30 Stunden deaktiviert ist Ben doch gar nicht. Ich hab eigentlich auch. Ich drücke irgendwas. Ohohoho! Ne, Gott, das wird ein torreiches Spiel. Nein, ich bin wirklich sehr geil, ernst. Nein, was mach ich? Ich hab so ne Chance. Ich hab einfach so klag. So. Ja, und ein wichtiges, und genau in diesen Momenten... Nein. Oh fuck, den hab ich jetzt selber reingemacht. Ja, nein, ja! Nein! Ich weiß nicht was ich schreint sein. Oh, gut anizipiert! Mann! 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 Ja, guck mal hin! Nein! Nein! es gibt jetzt nach spielzeit wenn du dem spiel verteidigen kannst dann bist du gott einfach auf bereich drücken ich glaube ich wechseln hier hat 5k gekauft oder so oder sowas aber ich war das auch wenn johnson wenn die rocke die weg von mein wort nein diese baum spieler das mache ich es machen wir selber noch ein ich bin so alt nur in diesem fliegen wir haben eine reise oh mein gott nein du lakker da steht der lager sein erbringt sein team in ballbesitz aber mein handy ist ja auf dem sack ich bin ich hier oben die ganze ein wechsel ich spiel nicht an die ein ich kann euch nur darauf schieben hey was ich will ja das ist auch nicht angestellt ich verteidige in mein Kopf umgekehrt sind wir hier auf der Bank ja auch noch du hast was gar nicht gewusst ich werde bleiben au die maria au ich hab immer zu viel Kreis gewollt nein Nico steht wohl ein Wechsel bei der Gäste jetzt mach ich den Tücher des Jahrhunderts Martin Fabregas Warte ich mach ihn ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das alles in diesem Game jetzt ist er vorbei nein nein was mache ich nein er kommt 3 3 3 3 3 er kriegt die Unterstützung die er in dieser Situation braucht Nico nein ich bin weg ey was nein nein das kann nicht sein weil du hast so ein Glück und ich fahrende Deckel und ich bin so nämlich aber ich bin so ein es war ein das 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 eu da ist es das die 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 das 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 15 ja man hat es jetzt 3 2 schiefen naja aber ich habe auch nicht meine spielerreihen nicht reinhaben da was die ballern das ist ein bisschen die war habe ich meinen Arschloch das ist so ein Nein ich bin weiter Nein ich mache es Leib also ich werde sagen glaube ich glaube ich habe ich wieder nach Warten 8 hier wie Arnie ich bin so das naja ehrt was soll das hier nein ich war auch weil ich dachte wer kommt rein oh scheiße ich kann in dem spiel nicht gehen nein der geht zu viel ey das kann das kann echt nicht hallo spielst du eigentlich mit ball oder ohne ballkamera manchmal nicht nein der geht ich bin mit bell durch grad bell verschießt aber wer stand da noch wenn sie keine halle ok ja nein 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 gefäße 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 ja na noch eine runde oder wollen wir auf normale feld gegeneinander stehen das noch einmal normal also warst du hast du hast du hast du ja ja du kannst auch zwei gegen zwei spielen ja das ist mein team lächerlich so es gibt nicht mal ob die da was draus machen oh mein gott das retten wir jetzt über die halbzeit god was wir war wala i wala 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 die zweite halbzeit auch nicht mit diesem Handballspiel weitergeht NDR wir wollen nicht haben Poli wer hat den Körper eingestellt das hat Knochenbrechen ist einmal normal abseits Korn Korn und was nicht mehr an der Rappel schützt Korn noch nicht das ist so gut Korn Prozent 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 bis er die Welt der Falle Klappmann so gut kompletten die gtg st die gtg die gtg aber geht bestellte erhältst du jetzt rausgeholt werden geht es weiter zu spielen die Fluss ich habe auch noch vor Ort ist es ja ich habe gesehen dass oder wenigstens Prozent die Arzt mit Tritts ganz gut die Hochschwingen Mannhausen spieler Ich kann lachen wenn du ein Tor schießt, kann lachen wenn ich ein Tor schießt, ist das so scheiße das Spiel Scheiße wir sind mit dem Siebzimmer Aro Mach ich mir mal angucken Alles gleich hat den sogar noch verlängert Schießt auch, ey ich hab 50 mal schießen gewollt Ist der so geil, wäre der reingegangen oder mein vorheriger Ja mach dir selber ja 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 Nein Achtung Da zeigt Adi an seine Klasse Ich wollte Glück machen Hey Ey Deiner heulen nicht Nein 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 Oha Facing gegen Facing Wer gewinnt, ich bin für den Pacer Gott muss auf eine bessere Leistung im nächsten Spiel Nein Alter hat sie jetzt noch nach hinten, die guckt sich also mit der Tor gewesen Ja Nein 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 Kann diesen Schuss entschärfen Hast du den noch berührt? Ha 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 Wir haben jetzt nicht etwas mehr Ja Oh Das ist nicht sogar was Aber wenn er runtergekommen, der hässchen gehabt Ja Aber trotzdem Digga, ne Ja Nein 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 Oh Niko, hast du ein Auge Oh, hast du ein Auge Und es entwickelt sich eine Möglichkeit Hey Es kann's nicht sein Wir reden hier langsam von Sabotageschiebung Ja Was muss Nein Nein Ich habe jetzt 100 Meter gemacht Niko Das war nicht, der ist auf die 415 Quadriere Ich weiß nicht, der ist auf die 415 Quadriere der Fußrassel holzklotz mann wenn die Führerzeit mit dabei die Mühle der Wüste aufgrund da kommen die an Wort da kommen Z.P. aus dem Ziel jetzt auch von uns hat er bei mir höchstkunden hier die Buhl St. 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 Lerb Lerb an der Ersten ich bin vorbei Lerb nach dem Zeit und die Gleitschein und bestätigte gut und und mit 9 wenn es sei es sehr bei sobald noch mal hingeht und und 2 ich habe ich auch gleich ich bin ein die Gründer der Ereignisse die die mit mir ab der Haar um Prozent 9 8 nur nur die 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 fußballer ergebnis zufrieden 2 stelle werden insgesamt ach du heilige Makarene das ist normal das ist ein nächstes ich will mal gegen Dominik das ist doch so machen jetzt noch mal auf normalen Felten spielen 9 6 ich will noch nicht ja kann ich machen Aaaaaaah Jaaah Jaaah Was als haben wir noch draußen? Hahaha Den konnten wir ja gesehen Aaaaaah Jaaah Jaaah Danke, Nico, du hast auch gut gespielt. So, das war endlich mal Folge 10. Also, ich nehme gleich die zweite Aufarbeitung, die kommt als nächste Woche. Also, bis dann. Ciao.